Einer ruft einen Scheich in Algerien und sagt, Ja, Scheich, ich habe eine sehr geschaffene Frau, Allahumma berik, Ja, Scheich. Sagt, Allahumma berik. Sagt, Ja, Scheich, meine Frau hat zehn Hajjah gemacht. Allahumma berik, sagt, Allahumma berik. Ja, Scheich, meine Frau hat so viel Umrah gemacht. Allahumma berik, Ja, Scheich, meine Frau, sie bietet fünfmal am Tag. Allahumma berik. Masha Allah, tabarakallah. Aber, Ja, Scheich, was denn? Meine Frau schlägt mich. A'udhu billah. Wallahi, ja, Scheich, seit 15 Jahren und ich kriege Schläger. Mach weiter, mach weiter, sagt der Scheich. Mach weiter, du brauch das, Bruder. Du brauch das. Wallahi, er meint ernst. Er kriegt Schläger von seiner eigenen Frau.